Musik Herzlich willkommen und Glück auf, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Glück auf Kompakt, Ihrem Fernsehzuschauer-Service mit Tipps und Informationen für Ihre Freizeitgestaltung in der nächsten Zeit. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind, wo wir vom April in den Wonnemonat Mai wechseln. Und das bedeutet, die Kalender mit Festen und Feiern füllen sich immer mehr. Und das wirkt sich natürlich auch bei uns im Programm aus. Zu Beginn lade ich Sie am 30. April zu den Höhenfeuern nach Gornau und seinen Ortsteilen ein. An der Försterfeldsiedlung in Gornau ist der Platz ab 18.30 Uhr geöffnet. 19.30 Uhr werden an der Grundschule Fackeln verkauft. 19.45 Uhr beginnt der Lampionumzug an der Grundschule und um 20.15 Uhr wird dann das Höhenfeuer entzündet. Im Ortsteil Dittmannsdorf brennt das Höhenfeuer in diesem Jahr bereits zum 19. Mal. Ab 18.00 Uhr sind Sie am Alten Schutt eingeladen. Das Höhenfeuer lodert dann ab ca. 19.30 Uhr. Im Ortsteil Witschdorf wird das Hexenfeuer um 20.00 Uhr hinter dem Sportplatzgelände entzündet. An allen Standorten werden Sie natürlich mit flüssiger und fester Nahrung gut versorgt. Und auch in Seifen wird ein Maibaum aufgestellt am 30. April um 19.00 Uhr vor dem Rathaus. Im Anschluss daran startet dann ein Fackel- und Lampionumzug zum Feuerwehrgerätehaus. Und wenn die Dunkelheit hereingebrochen ist, wird das Hexenfeuer entfacht. Und natürlich auch im Spielzeugdorf ist für Speis und Trank bestens gesorgt. Mit Beginn des Wonnemonats Mai startet auch die Wandersaison hier im Erzgebirge. Zu vier geführten Wanderungen und einer geführten Radtour wird am 1. Mai ab 7.00 Uhr in das Gelände der Saigerhütte Olbernhau eingeladen. Von hier aus geht es, je nach Route, zunächst mit dem Wanderbus zum Startpunkt. Oder die Rundtour beginnt direkt im Gelände der Saigerhütte. Ab 12.30 Uhr wird dann mit der Rückkehr der Wanderer und Radfahrer gerechnet. Und anschließend zum Wanderfest eingeladen. Gute Laune gibt es dabei mit der Big Mac Band der Kreismusikschule. Und für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Die erste Tour startet um 7.30 Uhr mit der Abfahrt des ersten Wanderbusses nach Dörntal-Haselbach. Von dort geht die Wanderung dann über Neusorge, Hallbach, Bärenbach zurück zum Ausgangspunkt der Saigerhütte. Die Strecke beträgt 17 Kilometer. Beginn der zweiten Tour ist 8 Uhr von der Saigerhütte auf dem Kammweg nach Seifen und zurück. Die Länge der Wanderung beträgt 18,5 Kilometer. 8.30 Uhr wird die dritte Tour begonnen mit dem Rad. Die Fahrradtour hat eine Streckenlänge von 47 Kilometern und führt entlang der orangenen Reiterleintour über das Schwarzwassertal. Zur vierten Tour fährt der Wanderbus 9 Uhr nach Rübenau. Die Länge der Wanderstrecke beträgt 12 Kilometer und führt entlang des Kammweges zurück zur Saigerhütte. Die letzte und fünfte Wanderung beginnt um 9.30 Uhr in der Langenhütte. Hier wird der familienfreundliche Wanderweg Dörfelbach mit einer Länge von 9 Kilometern erkundet. Die Touristinformationen Neuhausen und Seifen haben gleich eine ganze Wanderwoche als Saisonauftakt organisiert. Vom 1. bis zum 8. Mai. Es werden insgesamt 13 geführte Wanderungen angeboten rund um den Schwartenberg. Und das sind Wanderziele Seifen, Neuhausen, Deutsch-Neudorf, Heidersdorf, Seida, Rechenberg-Bienenmühle. Bei Streckenlängen von 3 Kilometern bis 25 Kilometern ist für jeden etwas dabei. Alle Wanderungen sind Rundtouren und werden von ortskundigen Guides geführt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Wanderführer freut sich über einen Obolus. Und über den eingeblendeten QR-Code können Informationen zur Streckenführung eingesehen werden. Wer gern Volkslieder singt, für den habe ich jetzt einen Tipp. Der Heimatverein im Gornauer Ortsteil Dittmannsdorf lädt zum Volksliedersingen unter dem Motto Melodien für Millionen ein. Am Samstag, dem 6. Mai, können Sie ab 14 Uhr in der Kultur- und Sporthalle nach Herzenslust dem gemeinsamen Gesang frönen. Von Witschdorf und Gornau wird ein Shuttle-Service zur Veranstaltung und natürlich auch wieder zurückangeboten. Weitere Informationen erhalten Sie beim Heimatverein Dittmannsdorf. Am 7. Mai findet bereits zum 9. Mal das Freiberger Jazz- und Modern-Dance-Turnier des TSV Schwarz-Weiß Freiberg statt. Nachdem die beiden Freiberger Jugendmannschaften ihre Wettkampfsaison am vergangenen Wochenende beendet haben, sind am Sonntag, dem 7. Mai, noch mal die Kinder und Erwachsenen gefragt. Die Kinderlandesliga startet am Sonntag um 13 Uhr. Für die Freiberger Norlis ist es die erste Wettkampfsaison. Vor dem heimischen Publikum zu tanzen und ganz besonders angefeuert zu werden, wird sicher ein kleines Highlight für die Kids. 15.30 Uhr geht dann die Oberliga an den Start. Die Besonderheit an der Freiberger Mannschaft Charisma ist, dass hier auch die Trainerinnen der Kinder- und Jugendmannschaften mittanzen. Mit ihrer starken Leistung überzeugen sie bereits seit vielen Jahren und auch in dieser Saison können sich die Zuschauer wieder über eine emotionsgeladene Choreo freuen. Aktuell stehen Charisma auf dem siebenten Platz in der Gesamtwertung und könnten sich in Freiberg weiter nach vorn schieben. Mit der Unterstützung der Gäste schaffen sie das auch ganz bestimmt. Am 7. Mai heißt es also in der Ernst-Grube-Halle in der Tchaikovsky-Straße 2 kräftig anfeuern. Für Essen und Getränke ist natürlich ebenfalls gesorgt. Für die Party-People unter unseren Zuschauern habe ich auch noch einen Tipp. Das Jugend- und Kulturzentrum Rittergut Olbernhau lädt am 5. Mai zu einer Ü30-Party in das Rittergut ein. Für die passende Musik sorgt an diesem Abend DJ Dietzer. Beginn ist um 20 Uhr. Liebe Zuschauer, der Frühling tut sich ja in diesem Jahr etwas schwer. Also es überwiegt eher das weniger schöne Wetter. Und das lädt zum Beispiel mal zu einem Besuch im Kino ein. Und auf welche Highlights Sie sich da in der aktuellen Kinowoche im Freiberger Kinopolis freuen können, das erfahren Sie jetzt. In der aktuellen Kinowoche empfehlen wir folgende Filme. Neu auf dem Spielplan steht Guardians of the Galaxy Vol. 3. Tannosh wie auch Kills Vater Ego sind zwar Geschichte. Aber dennoch sind die hinterlassenen Schäden sowohl im Universum als auch bei den Guardians nach wie vor spürbar. Um den gigantischen Schaden, den Tannosh angerichtet hat, zu reparieren, wird ein neuer Zufluchtsort geschaffen. Nachdem sie dem Collector Nowhere abgekauft haben, soll dies fortan als eine Stätte des Friedens gelten. Von der rachsüchtigen Hohepriesterin Ayesha, ihrer Kreation Adam Warlock, aber auch dem mächtigen High Evolutionary, ahnen die Guardians zu dem Zeitpunkt allerdings noch nichts. Als der Frieden eines Tages gestört wird, müssen sie erst einmal herausfinden, wer Freund und wer Feind ist. Erneut haben Star-Lord, Gamora, Groot und Co. alle Hände voll zu tun, um den Frieden aufrecht zu erhalten. Im Rahmen der Kino 5 Reihe sehen sie Sissi und ich. Gräfin Irma folgt als Hofdame-Kaiserin Sissi nach Griechenland, wo sie fern vom strengen und einengenden österreichischen Hof und nur umgeben von adeligen Frauen nach Freiheit von den Erwartungen ihrer Familie strebt. Irma ist fasziniert von der außergewöhnlichen Frau und ihren modernen Ideen. Sie wird schnell ihre Vertraute und sehnt sich bald schon nach mehr Zuneigung von der Kaiserin, als es die Sitten der Zeit den beiden Frauen erlaubt. Die sorglose Zeit am Mittelmeer muss unweigerlich enden, als klar wird, dass Sissi nicht auf Dauer vor ihrer Verantwortung fliehen kann. Das komplette Programm mit weiteren Informationen zu den einzelnen Filmen finden Sie im Internet unter www.kinopolis.de. Gute Unterhaltung im Kinopolis Freiberg. Nun habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Viele Zuschauer bereichern unser Programm, indem sie uns schöne Aufnahmen oder kurze Videos von ihren Ausflügen und Erlebnissen aus der Region zukommen lassen. Und das können Sie natürlich auch gern weiterhin tun, denn wir freuen uns immer auf Ihre Momente, festgehalten auf Bildern oder in Videos, die wir dann als Bilder des Tages oder Bilder der Woche in unseren Sendungen bzw. der Bildschirmzeitung zeigen. Mailen Sie uns Ihre Eindrücke in der höchsten Auflösung und im fernsehtauglichen Querformat, denn quer sieht man mehr, an folgende Adresse. Per WhatsApp können Sie uns Ihre Bilder natürlich auch senden, aber denken Sie bitte an das Querformat. Und damit sind wir schon wieder am Ende von Glück auf Kompakt für diese Woche angekommen, liebe Zuschauer. Falls Sie später eingeschaltet haben, dann ist das kein Problem. Unsere Sendung läuft mehrmals täglich hier im Fernsehprogramm bei Glück auf TV. Und im Internet unter www.glückauf.tv finden Sie in unserer Mediathek sowohl unseren Livestream als auch Sendungen und einzelne Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Aber auch bei YouTube auf unseren Kanälen unter Glück auf TV finden Sie Livestream und einzelne Beiträge. Und wenn auch Ihr Angebot, Ihre Veranstaltung oder Ihre Einrichtung in unserer Sendung Erwähnung finden soll, dann melden Sie sich einfach bei uns. Am besten geht das per E-Mail unter der Adresse kompakt-at-glück-auf.tv. Aber telefonisch sind wir natürlich auch erreichbar. Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Glück auf Kompakt ist Mittwoch, der 3. Mai 2023, 12 Uhr. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und sende besondere Grüße der Woche nach Lichtenberg. Kommen Sie gut durch die Zeit und haben Sie immer viel Freude bei allem, was Sie tun. Bleiben Sie gesund und Glück auf bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.